Hallo, wo ist die Kamera? Ach da! Hallo aus Potsdam. Ja, wir sind jetzt leider kein Orchester oder Livemusik, das ist leider ausgefallen, aber hey, wir sind Chaos im Radio aus Potsdam. Im Radio? Im Radio eigentlich, aber heute quasi im Radio mit Video. Heute live und in Farbe und heute dürft ihr mal unsere schönen Radiogesichter mal sehen. Ja, wollen wir unsere Namen sagen, wie wir es im Radio immer tun? Genau, also heute mit dabei sind der Knurps, der Cyrox, Guten Abend. Der Hannes. Hallo. Und die Genie. Hallo. Hallo Genie. Sehr schön. So, das Intro haben wir. Das Intro haben wir, genau. Also das ganze Ding ist heute sehr spontan und sehr chaotisch. Yay. Wir haben ein neues Gerät. Ja, eins neues Gerät. Das heißt, neu ist das nicht. Das ist mitten in der Pandemie gespawnt und jetzt zum ersten Mal im Einsatz. Weißt du, was mir vorhin eingefallen ist, Knurps, wir haben darauf schon eine Sendung aufgenommen. Aber wir haben sie nie gesendet, oder? Wir haben sie aber wahrscheinlich nie von dem Gerät runtergelegt. Ja. Oh, mein Kopf. Genau. Aber dafür haben wir heute Live-Publikum. Guck mal. Ja. Und ihr könnt. Oh, ich musste mal, glaube ich, ein Foto dafür machen. Das sieht nämlich voll cool aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 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 Sind wir nicht da? Bei mir sind in Brandenburg nicht erlaubt. Also natürlich wird dieses Foto, entspricht das natürlich nur der Photo Policy, die hier beim Kongress gilt. Ich hab alle Jahr gesagt, oder? Wieso sehe ich da jetzt Fight Night? Müssen wir jetzt hier für die Hebokon werben? Was? Ja, ach, das wird schon. Aber Hebokon ist eine gute Sache. Ist eine super Sache. Also, wenn ihr das noch nicht kennt. Ich kenn's noch nicht, erklär mir das mal bitte. Wie erklärt man Hebokon in zwei Sätzen? How to build a shitty robot, which works. Ja, und dann so, und die dann gegeneinander kämpfen, kann man das so sagen, und dann gewinnt einer. Mehr oder weniger. Ja. Ja. By the way, this is German. We were supposed to say that this is German. It's vergessen in der Ansage. Nein. There will be a good translation to English, unfortunately. So, but, it's also better. It's better for everyone. It's better, yeah. Wow. All right. Back to German. Zurück zu Deutsch. Genau. Die Ansage mussten wir nach ganz kurz machen, dass wir hier jetzt hier nicht auf Englisch übertragen werden, aber ist wahrscheinlich für alle besser. Genau. Wenn ihr uns jetzt hört, ist Montag, der zweite Montag im Monat. Ich bin im Pad. Und da steht es 21 bis 22 Uhr. Das kommt sogar hin, ne? Das haben wir ja fast ziemlich genau, ja. Getroffen, ja. Wie beim letzten Mal. Normalerweise, also für alle, die jetzt hier aus irgendwelchen Gründen vorm Fernseher eingeschlafen sind beim Vortrag von Anke Domscheit-Berg und jetzt wieder aufgewacht sind. Ja, also das glaube ich. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand eingeschlafen ist bei ihrem Vortrag. Also glaube ich nicht. Also ich war hier voll in der Vorbereitung. Ja. Ich musste mir Schunk machen und das Pad kopieren. Ah ja, ich hoffe, wir haben alle was zu trinken. Moment, das können wir ja gleich mal nutzen. Ja, Prost. Oh, wir sind zwei. Wo bin ich denn? Warte mal, wo muss ich hingucken? Da, da, da. Ich glaube, wir haben unseren ersten Dial-in-Gast. Oh, was? Es gibt Dial-in? Ja, das musst du doch sagen, es gibt Dial-in. Muss ich nicht sagen. Das hat sich offensichtlich schon rumgesprochen. Hat er sich mal getwittert? Nein. Okay, interessant. Warum? Du kommst jetzt hier über Bluetooth rein, lieber Dial-in-Gast, wenn du überhaupt reinkommst. Knopps machst du? Ja, es sollte so sein. Ajovo, wenn du da bist, sag doch mal was. Hallöchen. Oh. Mensch, du kriegst. Hallo von der Seabase. Interessante Jitsi-Brücke hier. Die Jitsi-Brücke. Die Jitsi-Brücke, ja. Wie geht es der Seabase, der versunkenen Raumstation? Oh, wir, 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 wir produzieren. Wir machen Kunst und Schönheit mit Computern und gleich kommen die Coffee-Bots, was, äh, was, äh, ein elektronisches, äh, Marionettentheater mit Augmentation ist. Oh, sehr schön. Ich bin hier gestern. Oh, wir sehen auf streaming.media.ccc.de, Channel Seabase. Und im Hyperbandrauschen gab es eine Ankündigung dafür, richtig? Das ist mir doch... Ja, 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 da gab es ein ganzes Interview zu der Vorgeschichte. Bekanntlich rekonstruieren wir ja die Zukunft und, äh, in circa 80.000 Jahren, äh, sind die Coffee-Bots an Bord materialisiert und, äh, sie wurden jetzt rekonstruiert. Und wir haben ja ein Kollektivtheater hier an Bord, äh, und, äh, das Kollektivtheater macht jetzt Coffee-Bots. Das ist ja großartig. Die Coffee-Bots haben sogar einen eigenen Twitter-Händel, ich glaube, Coffee-Bots One oder sowas. Und, äh, wenn man mehr über sie wissen will, dann muss man auf die Seite e-punk.de. e-punk.de. Unser Live-Publikum hat er echt verloren. Die haben das nämlich gar nicht, oder? Hört ihr uns? Ja, natürlich. Ach so. Die da, die echten Leute, die da sitzen. Also, ihr könntet jetzt um 22 Uhr den Seabase-Stream abgreifen irgendwo und könntet den einfach mal spielen. Wir haben getränkt gesagt ins Live-Publikum. Also, ich kann den quasi hier einspielen und in die Kamera halten. Ja, zum Beispiel. Multimedia. Der Pakt sitzt schon ganz aufgeregt in der Nerd hier. Ah, Juwo, das ist ja Wahnsinn. Du bist live im Chaos Potsdam-Radio. Guten Abend. Guten Abend. Da lehnen sie sich hier einfach ein und machen shameless Self-Plugging. Ihr wollt doch nur, dass die Leute hier von uns umschalten. Ja, eben. Ja, ich. Ach, schön. Herrlich. Also, wer auch immer jetzt umschalten möchte, viel Spaß. Könnt ihr gerne tun. Aber ich glaube, wir machen das Programm weiter. Wir lassen uns davon auf jeden Fall nicht... Sind wir denn auf 90,7? Ist das hier eine FM-Live-Sendung? Nee, ich glaube, ihr seid auf 88,4 Megahatz. Ihr seid ja in Berlin. Ja. Ist das auf 88,4? Nee. Nee, sind wir nicht. Nee. Die Rundfunk-Lizenz war heute nicht verfügbar. 404 Rundfunk-Lizenz. Oder 452. So was. Dabei müssen wir doch möglichst viel Strom verbrauchen. Das geht am besten mit FM. Also, du schlägst vor, wir sollten in Zukunft auf Mittelwelle senden. Ich glaube, der Stromverbrauch steigt mit der Frequenz. Also, eigentlich müssten wir UHF-Fernsehen machen oder so. Oder halt USB-Sticks per Post verschicken. Ja, ja. Dann passt unser Licht eigentlich aus. Ach nee, ist das gar nicht aus. Ja, genau. Ist alles eine Frage der Sendeleitung. USB-Sticks per Reiterboten. Ja. Oder hier Festplatten im Volvo. Also, ihr merkt schon, es ist Tag 3 des RC3s und hier wird produziert und alle sind nicht mehr so ganz. Oder alle sind durch. Ja. Also, wer ist nicht durch, bitte? Genau. Also, ich denke, an dieser Stelle kann man schon alleine mal sagen, also, es gibt ja zahlreiche Bühnen und Kanäle. Ja. Also, deswegen... Ich gehe gerade weiter zum Studio der C3 News Show, wo auch schon wieder gearbeitet wird. Ja, also, deswegen... Wann ist die nächste C3 News Show? Warte mal, ich gebe euch mal ein Bild. Ich mache mal ein... Das sehen wir aber nicht. Einen Moment. Doch, das schickt er uns. Das heißt, ihr wollt nicht. Nein. Haben die ja nicht gesehen. Wer übrigens den Ayuwo nicht kennt, der Ayuwo war auch schon... Hier, wann war er dabei? Im September? In der September-Folge? In verschiedensten Folgen. Aber zuletzt in der... Ja. Gar nicht so einfach. Vielleicht kann man was sehen. Ja, später vielleicht. Hier ist das ehemalige Robo-Lab. Hier war's. Hier war's. Hier war's. Hier war's. Sehen wir eigentlich was? Nee, können wir nicht. Wir sind ja im Radio. Wir sind ja im Radio. Wir existieren ja quasi nicht. Das gibt's nur über Ton. Es gibt ja auch Bildradio. Das nannte sich früher Fernsehen. Unser Live-Publikum ist... Guck mal, wir haben schon ein Live-Publikums-Ding verloren. Die Regie fragt, ob wir ihr das zukommen lassen können. Und dann könnte die Regie das einblenden, so theoretisch. Aber da ist nix. Er hat kein Video getellt. We're doing it live. Ja. Also es ist tatsächlich kein Video da. Ja, wollen wir denn noch andere Call-Innen-Gäste haben? Willst du das publik machen? Ja. Wir haben hier auch ein Pad. Ja. Das fängt an mit Themen. Und dann der zweite Punkt nach Themen ist Reste. Genau. Ja. Ja. Also die Frage war jetzt, ob wir den Link gerade nochmal öffentlich machen, das auch heute da joinen. Was reden? Am Ende wählt sich unser Live-Publikum ein. Damit sie auch mal was hören. Ja, damit sie auch mal was hören. Wie möglich ist das. Dann sag doch mal einer den Link an. Ja, ich weiß den Link gar nicht. Ich sag ihn gerne an, wenn ich ihn weiß. Kannst du ihn mir aufschreiben? Ich kann... Warte. Wir haben auch keine Bauchbecken. Also ich hab... Ich könnte auch gerade. Also so ist nicht. Mach. Aber ich sag ihn auch gerne an. Es ist... Ja, toll. Hier steht nix. Hm. Da. Da oben. Hä? Ach, da unten. Achso. Meet. Punkt. CCC-P. Minus-P. Punkt. slash radio. Hat jemand einen Zettel und einen Stift? Hast du 3C gesagt? Normalerweise sagst du immer nur 2C. Hab ich heute mal 2C gesagt? Cool. Also ich wiederhole meet.cc c-p .org slash radio. Dort konnten wir uns treffen, werden dann live hier zugeschaltet und können shameless self-pluggen. Ja. Mag das jemand tweeten? Ich bin ja auch Social Media. Machst du dann? Ich mach schon. Ihr könnt gerne gerade noch weiter... So, Ayuwo, willst du noch einen Endsatz sagen, bevor wir dich kicken? Nein, nein, ihr könnt mich auch so kicken. Wir können dich auch so kicken. Es war schön, dass du unsere Leitung ausprobiert hast. Das funktioniert ganz vorrangig, also zumindest für mich. Ja, ich hör's auch. Ich weiß nicht, ob wir streamen, bist du hört, aber ich hör's. Wir haben ja hier auch Leitung aus der Zukunft an Bord. Wunderbar. Grüße in die Seabase. Grüße in die Seabase. Cheers, Andrew. Ich hoffe, ihr habt auch eine Leitung. Oh, jetzt ist es aus dem A in R geworden. Ah, in Regie. Interessant. Das ist, glaube ich, unsere Regie. Oder vielleicht ist es auch eine andere Regie. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch eine Regina. Latenzarme Audiokonferenzen reden, Cyrox. Gerade nicht, ich bin beschäftigt. Ja, wir machen hier ein Radio. Also, wir sind alle beschäftigt. Also, ich habe heute und in vergangenen Tagen einfach ein bisschen Latenz, aber das liegt hier an Orgerdingen. Der Mann hat Latenz. Was war denn so? Also, du hast beim letzten Mal in unsere Folge reingeschnitten. Knurps ist hier da drüben. Der Schnittmeister? Der ist unser Schnittmeister. Wofür? Ja, naja. Doch, der ist richtig toll. Doch. Und er schneidet uns immer die Tonschnipsel zurecht. Ich versuche immer wenigstens so gut sein wie auf Honig. Hören die das auch? Na klar. Lässt du wohl die Finger? Darf ich da drauf? Du hast doch die Einführung gar nicht bekommen. Du brauchst noch eine Schulung. Sag mal, warum eine Schulung? Okay. Schulung erledigt. Jedenfalls hast du in der letzten Folge gesagt, in der Dezember-Folge von Chaos im Radio. Jetzt haben wir ja die ganzen Aufreger-Themen gar nicht besprochen. Stimmt. Haben wir nicht. Ich weiß nicht mal mehr, wo es geht. Ich weiß es nicht. Es war gar nicht lange danach, da ist mir, also ich wusste nicht, wie mir war. Ich dachte, die Hölle friert zu. Weil andere Menschen in diesem Chaos, die auch normalerweise immer so schöne Themen haben, die Brandroden anzünden und ne, die waren plötzlich gut gelaunt. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Hölle Fritzur, das geht nicht. Weltbilder sind zusammengebrochen. Ich habe es bröckeln und knirzeln gehört. Der Honkhaser hat eine ganze halbe Stunde Sendung gemacht. Auf, ich glaube, es war so ein Twitter, wie heißen die Dinger? Twitter Space. Genau, so ein Twitter Space. Und eine halbe Stunde gut gelaunt. Ich weiß nicht, was die in den Koalitionsvertrag reingemacht haben. Ah, ich denke, den hat Fefe geschrieben. Koalitionsvertrag? Ach so. Ja, nee. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob nicht sogar, hat nicht Fefe an den... Da gab es diesen Blogpost, was reinkommen könnte. Beschreib doch mal hier ab. Und schwupps war ein erheblicher Teil dieses Blogposts in dem Vertrag mit drin. Genau. Aber darum, da war Honkhaser gut gelaunt. Unter anderem. Unter anderem. Es gab noch mehr gute Nachrichten. Es gab noch eine zweite Folge. Es gibt, glaube ich, wenn nicht sogar inzwischen schon eine dritte. Immer so eine halbe Stunde in die Twitter Space und gute Laune vom Honkhasen. Ist das nicht dieses professionell, nee, Optimist, wie hieß denn der? Hoffnungsvoll. So, genau. Also den Rest der Woche professionell angepisst und dann eine halbe Stunde mal professionell hoffnungsvoll. Ich feiere das. Also von daher weiter so. Das ist so was für den guten Vorsatz im nächsten Jahr. Sehr gut. Ist das meine Rollspa-Taste? Ja, ist deine Rollspa-Taste. Okay, gut zu wissen. Bei allen diesen Tasten, die da so sind. Aha. Ja, gut. Nee, also. Von daher kannst du Bescheid sagen, wenn du auswählen willst. Das war jetzt kein Drück. Twitch, Twitter-Stream-Folge, ich bin zu alt für sowas. Die Webseite, auf der diese Twitter publiziert werden, ich höre diese Webseite so, das gibt's gar nicht. Die hat mich, da steht wirklich unten im Copyright irgendwie 2000 bis, na jetzt halt. Und ich hab mal so aus meinem Datenmüll, aus einer uralten, gerade noch drehenden Rostscheibe-Festplatte rausgekramt, meine Webseite, die ich irgendwann mal ins Netz gestellt hatte. Und ich hab geguckt, wann die das war. Das war 1999, also ein Jahr vorher. Und ich hatte, nicht wörtlich, aber vom Sinn her genau den gleichen ersten Satz wie er. Und vom Design her nicht weit weg. Du meinst, das Internet ist wie Klamotten? Nach 30 Jahren kommt der Stil wieder, oder? Möglich. Also kommt bald wieder Laufschrift? Das Blink-Tag, das waren 20 Jahre. Oh, also es kommt noch, es dauert noch ein bisschen. Zeit bis zum Blink-Tag. Ich weiß nicht, wer von uns, also ob Honkase oder ich, zuerst umfällt und zuerst irgendwas anderes als HTML in seine Webseiten integriert. Es ist noch nicht mal CSS dran. Glaube ich. Also meiner war es nicht. Oh. 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 Früher im Radio hatten wir mal ein Brötchen-Lieferanten. Ah, das war das. Er hatte mich hin und ich wusste nicht, was. Aber okay. Danke, danke. Vielen Dank. Wir sollten öfter ein Radio machen. Lauf nicht zu weit weg. Noch habe ich, aber ich wink dann auch. Lieferung, Cheers an die Leute zu Hause. Ja, an der Stelle vielleicht auch schon mal, wir sind noch nicht am Ende der Veranstaltung vom C3, aber. Wenn wir fertig sind. Wenn wir fertig sind, ist die Veranstaltung fertig? Nein, ich glaube nicht. Nein, so lange werden wir nicht reden. Eins kommt früher als das andere oder so. Nein, aber an der Stelle wollte ich einfach schon mal ganz großen Dank an alle Engel aussprechen, die sowohl vor als auch am wenigsten sichtbar, weil das ist einfach eine großartige Leistung, das zu machen. Weil wenn wir die Menschen auch hinter der Kamera nicht hätten, dann würde zum Beispiel das hier oder die ganzen anderen tollen Vorträge, die ihr jetzt hier zum Beispiel auf der Carst-Zone-Bühne schon bestaunt habt und auch auf den anderen Bühnen bestaunen könnt und konntet, wird es die einfach auch nicht geben. Ein Hoch auf unserem Busfahrer. Ach nee, Regif. Fahrer. Fahrer. Ja, und überhaupt auch die ganzen anderen Engel, die sowohl wir haben als auch die ganzen anderen Bühnen. Och, es gibt ja viele Engel, ja, ja. Genau, also ich meine, man muss sich alleine mal vorstellen, ich habe jetzt, war das schon vorgestern? Nein, das war gestern, glaube ich. Man kommt auch mit der Zartrechung durcheinander. Aber es war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie in einer Live-Situation auf einer Bühne stand, wo eine Kamera auf mich gerichtet war und ich zu einem mir unbekannten Anzahl von Publikum spreche und danach ist man dann teilweise auch einfach fertig. Und dann ist es auch einfach so, so eine Entspannung und so ein... Oder einfach nur einen Tee einfach bringt, weil wir haben zum Beispiel hier... Wir sind jetzt gerade im Spartakus in Potsdam und da ist, ich glaube, das kann man sagen, da ist gerade irgendwie ein Problem mit der Heizung und deswegen sind wir jetzt hier mit so einem Lüfter und da brauchen wir auch manchmal auch einfach ein Tee. Irgendwelche Worten, die gesagt werden, die sich nur was trinken. Ja, oder das ist wie die Sache mit dem Gähnen. Es gibt ja dann immer einen, der mit Gähnen anfängt und dann machen alle das nach. Und vielleicht ist das einfach gerade so mit dem Tunk auch. Ja, die Welt. Die Welt. Wer war denn schon auf der Welt? Ich habe es echt nicht geschafft. Da, viel Zeit da gestanden. Ja, also er war einer von den Leuten, die Tunk geholt haben. Und andere Dinge. Deswegen habe ich es noch nicht in die Welt geschafft. Ich weiß, dass Knurps es auch nicht in die Welt geschafft hat. Er stand nämlich da daneben, noch viel länger als ich und hat die ganze Zeit Ton gemacht. Irgendwer muss ja. Ich war tatsächlich gestern nach meiner Welt, als ich nicht hier war. Ich muss es sagen. Nee, du darfst. Schön. Also es ist, ja. Ich bin mal über die Welt gelaufen, den ich auch lange nicht gesehen hatte und das war cool. Also es war, ich habe auch gestern Morgen oder vorgestern Morgen, ich weiß auch nicht, diesen Trick gelernt, dass man einen neuen Tab aufmacht, wenn man zusammen über die Welt läuft. Den kannte ich auch noch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Was kommt jetzt? Um was zu tun? Dass du in Verbindung bleiben kannst. Also du gehst halt in irgendeine Ecke mit deiner Person, die du bist und bleibst zusammen mit dem Jitsi. Und dann machst du einen neuen Tab auf und dann gibst du dich nochmal. Dann kann man da rumlaufen und muss sich nicht so hintereinander erwecken. Geklont. Ja, ich habe mich geklont. Es gab zwei Genies in der Welt. Es war hart in der Welt. Aber, 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 es gilt doch das Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Oder eine in diesem Fall. Gilt das. Da nicht. Ja, offenbar in der Welt nicht. Da seht ihr mal wieder, in der Welt ist alles möglich. Vielleicht, es ist ja immer so ein... Es ist ja immer so ein Trade-off. Also, oh. Ich wollte eigentlich diese Tasse drüben. Kannst du bitte nochmal... In der Welt ist alles möglich dort. Das kam tatsächlich irgendwie gerade... Wo kam das her? Das kam einfach so aus mir raus. Okay. Solange das das Einzige ist. Diese Welt, ich meine, es ist ja ein Trade-off. Also diese Welt hat Dinge abgegeben, zum Beispiel eine Dimension. Dafür hat es die Möglichkeit zum Klonen plötzlich gespawnt. Ja. Was hast du denn da gefunden? Ich weiß, du warst letztes Jahr so begeistert von dem Hexen-Assembly. Ja. Was war dieses Jahr dein Highlight? Also, ich war auch dieses Jahr auf dem Hexen-Assembly, aber ich habe diesmal gar nicht alles gesehen. Aber ich fand es auch wieder großartig. Weil die haben Wasser und Sand und Schnee. Und wenn man über den Schnee läuft, dann riecht man so Fußball. Das ist voll cool. Ich bin da so lang gelaufen und dachte so, ich habe Fußball, wie cool, wie cool, wie cool. Und ich glaube, die Hexen haben auch irgendwo eine Stelle, wo man zu mehreren Personen ist und auf der richtigen Stelle steht, dass dann Feuerwerk oder irgendwie sowas kommt oder das irgendwie hell wird. Das habe ich aber nicht gefunden. Das habe ich nur gesehen, dass andere Leute sich verabredet haben, um sich an die Position zu stellen. Also, da gibt es auch coole Sachen. Ja. Und was habe ich denn? Das hat verlaufen. Ziemlich doll. Dass ich dann über die ORL wieder rausgehen musste, weil ich den Ausgang nicht mehr gefunden habe. Und da gibt es auch sehr viele Badges tatsächlich. Man kann sich impfen lassen und so. Gab es ja letztes Jahr schon. Ja. Ich glaube, irgendwie dieses Jahr gefühlt mehr. Ich weiß nicht. Klingt, als hätte es zugelegt. Also, Spuren im Schnee habe ich letztes Jahr gesehen, aber die waren statisch. Die waren einfach immer da. Nee, die waren. Ich dachte so, gut, muss ich da jetzt hinterherlaufen? Oder gibt es am Ende? Das waren die von Genie, die sie dieses Jahr erst in der Rassen hat. Zeitreisen, ja. Grüße an der Juwo. Nee, die Zukunft. Ja, genau. Was habe ich denn noch gesehen? Das war halt so viel. An Hexen. Ja, da kam auch direkt das Bild von der Juwo. Und in der Chaoszone natürlich auch auf der Karte. Also, ich finde den Bagger immer noch übelst großartig. Ja. Wir haben noch einen Teil der Menschen. Oh ja. Einen? Das ist eine Art. Ja, ja. Regie, Live-Publikum. Ich vermute, das Live-Publikum ist nochmal die Regie. Aber egal. Da ist ein Chris. Unmuten und reinlabern. Also im Prinzip genau das machen wir. Ja. Ja. Einen ganzen Abend. Ja. Ja. Vielleicht hört er uns auch nicht. Hallo Chris, kannst du uns hören? Oder das Ganze ist mit Latenz und ihr hört uns in 30 Sekunden. Ah, das ist natürlich auch, waren es nicht 18 oder so? Aber im Jitsi müsst ihr uns jetzt hören. Naja, egal. Also wie gesagt. Meldet dich einfach. Wenn du in 30 Sekunden redest, wissen wir, wir werden es mitkriegen. Bist du nicht gemütet im Jitsi? Nee, bist du nicht? Nee, bin ich nicht. Das heißt, wir alle sind im Jitsi zuhören. Es ist ein Wunderwerk der Technik, dieses Ding. Auch das. Ja, ich muss nicht alles entdecken, aber ja gut. Ach, ich guck, der Knob ist wieder mit der Telefonie. Also wenn ihr uns auch besuchen wollt im Jitsi und Live-Call-In, ich glaube auf Twitter. Beziehungsweise, genau, also ja. Sagt uns, schreibt uns auch eure schönsten Erlebnisse in der Welt bisher zum Beispiel. Genau. Genau, damit wir das morgen alles nachleben können, sobald hier irgendwie der Abbau in Gange ist und ich weg muss. Aha. Alles macht sich also vom Acker. Ich mach mich rar. Ah. Die Welt. So, und dann das andere Thema, was mir unter Nägeln brennt. Wir hatten eigentlich ja mal, ich glaube wir haben das auch im Radio angeteasert, eigentlich war ja der Plan, wir machen hier so ein schönes dezentrales Event mit 50 bis 100 Leuten. Hier, Bühne war sowieso geplant. Ich glaube, wir haben ja auch ganz optimistischen Leuten, der zweiten waren mal 200 Leute. Ja, ganz optimistisch. Das war ganz am Anfang. Lass uns nicht mehr reden. Genau, wir sind ja hier in Potsdam. Weitesten Sinne, normalerweise sitzt man ein Haus, nee, ganz am Anfang vor der Pandemie saß man ein Haus weiter im Radiostudio des Freien Radio Potsdam. Und sonst, da, dann da ist die Machbar, also da, wo sich der Chaos-Treff Potsdam immer trifft, jeden Mittwoch. Und wir haben hier eigentlich Platz und gerade so zwischen den Jahren ist hier Platz und ich hätte mich echt gefreut, wenn es hier so einen dezentralen Kongress gegeben hätte. Und gerade jetzt, wo ich auch hier bin, also jetzt nicht, aber vor zwei Stunden, habe ich so gedacht, das wäre wirklich ganz, ganz großartig. Und das ist doch die Lösung für das Problem mit dem Skalierungsfaktor-Kongress. Irgendwann müssen wir ja die Leute... Lösung ist es nicht. Also ich glaube, das ist eine Lösung für ein paar Teilaspekte, aber es wird, nee, es wird anders. Also wenn sogar der Burning Man 78.000 Leute zusammenkriegt, dann müssten wir das, also da sind wir ja noch gar nicht. Wir müssen einfach in die Wüste gehen oder so. Aber find mal in Deutschland eine Wüste. Das kann sein, dass es gar nicht mehr so lange dauert. Ja, okay, das stimmt. Es gibt ja da so eine Karte irgendwie bei Süddeutscher oder Zeit und so, die trockensten Böden. Vielleicht nicht mehr in meinem Leben, aber... Und dann gibt es natürlich immer Servicewüste Deutschland. Da kann man aber nicht kennen. Aber egal. Welcher Flott war es. Da will man auch nicht kennen. Ja, aber also so Servicewüste Deutschland oder was vielleicht in Deutschland so schiefläuft, da gibt es ja durchaus auch den ein oder anderen Vortrag. Zum Beispiel hatten wir... Wir hatten heute eine... Das sind so schön wie Sie. Das sind so viele Emotionen. 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 Emotionen? Was war los? Die Not-Hilfe für Studierende in der Pandemie. Da habe ich leider... Also nicht leider, aber da habe ich aus Knete einen... Nee, also eigentlich hat das deine Tochter gemacht. Seine Tochter hat einen richtig geilen... Wie heißt denn dieser Dinosaur... Das hat sie mir erklärt. Brachiosaurus? Brachiosaurus gebaut. Das war so cool und ich habe vergessen ihn zu tweeten. Ich muss ihn noch tweeten. Aber so ein geiles Ding. Ganz viele Fotos geschickt. Danke dafür. Ja, bitte. Bitte. Also ich war halt damit beschäftigt, dann den Kopf von dem Dinosaurier auf ein Stück Holz zu spießen und da rein zu tun, damit der lange Hals da so... Brachiosaurus war es. Brachiosaurus, ja. Das hat mir deine Tochter auch sehr breit und ausführlich erklärt. Die weiß so viel über Dinosaurier. Das ist krass. Ich bin auch immer hin und weg. Also wie wir hier abdriften... Entschuldigung, aber... Es tut mir leid. Aber das ist, ich sag mal so, als wir vorhin festgestellt haben, oh, da wird relativ spontan leider ein Sendeslot frei, da dachte ich mir so, Mensch... Lass mal senden. Lass mal halt einfach irgendwas machen und genau das, ja. Weil, was ich nämlich zum Beispiel auch sagen wollte, wenn ich darf... Ja, bitte. Es geht um was anderes? Es geht nicht um Brachiosaurus, aber so von wegen Bühne, weil du hier Spartakus und so meintest. Sollte man vielleicht auch mal... Ist jetzt für die Radiohörer doof, aber wir können es ja mal versuchen zu beschreiben, ansonsten hier im Stream. Wir haben ja auch... Wir haben ja auch, genau. Und die Deko ist wieder da. Die Deko ist wieder da. Genau, wir haben hier hinten das... Das ist natürlich immer mit dem Seitenverkehrten. Also eben nicht, ne? Das ist kein Spiegel hier. Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie Flugbegleiter. Jetzt hat er mir extra die Deko wieder ausgeblendet. Guck mal, wie er grinst unter seiner Maske. Ich sieh's doch. Können wir bitte noch einmal das Chaoszone-Logo sehen? Das wär super. Oder äh... Genau, hinter mir. Da. Ja. Man sieht es jetzt nur in anderen Talks, könnt ihr das besser sehen, dann befindet es sich auch... Warte, warte, warte. Magie wird passieren. Magie wird passieren. Magie wird passieren. Magie wird passieren. Es kann fliegen. Es kann fliegen. Ein fliegendes K... Und jetzt ist es weg. Und jetzt ist es gleich wieder da. Nein. Es ist weggefallen. Nein. Der Hammer ist abgefallen. Da stecken nicht nur 160 Gigabyte Festplattenmagneten drin. Da steckt auch ein Blut von mir drin, weil ich mir so einen Magneten in meinen Finger gerammt habe. Oh, 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 oh. Also wenn jemand Hannes DSA... DSA... DNA. DNA haben möchte, für was auch immer für Zwecke. DNS war auch wieder was anderes. DNS ist ja quasi... DNS ist wieder so ein Ansatz für ein Aufreger-Thema. Aber Nick, komm, lass mal positiv bleiben. Was hast du an... Was ist das Problem mit Desoxyribonukleinsäure? Was ist denn das Problem mit dem Aufregativen? Ja, genau. Aber wir waren ja jetzt gerade dabei, so ein bisschen unsere Deko zu loben. Also genau. Also zum einen vielen Dank für dieses wunderschöne Chaos-Zonen-Logo. Wir waren bei was völlig anderem. Nein! Lass weiter Deko loben. Wir müssen noch Bachzi-Bachzi-Wenn. Richtig? Wen? Ja, müssen wir. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Weil wir haben ein wunderschönes Martelite hier auch zur Verfügung bekommen. Das ist einfach total großartig. Habt ihr schon... Achja, jetzt sieht man es. Guckt mal da. Es kann sogar ganz viele verschiedene Muster. Es kann Dinge. Und es wird gerade besetzt von einem Pinguin, der sehr stark an den Tux, den Liedungs-Pinguin erinnert. Ja, warum nur? Auch einer von... Aus den 90er Jahren. Ich sehe den Pinguin gerade zum ersten Mal. Cool, dass er hier erwähnt hat. Ja. Immer wieder was Neues. Ja. Es gibt hier so viel zu entdecken, wie in der Welt zum Beispiel. Oder halt hier auch auf der Bühne. Kriege ich jetzt auch einen Platzweichel dazu? Wer spielt denn jetzt hier mit? Ja, klar. Welcher Scheinwerfer wurde denn jetzt hier? Ja, ja. Ja, ja. Ups. Mir tust, oder? Also nicht nur wir, sondern auch die Lichtregie hatte auf jeden Fall gerade Spaß. Und ja, also so soll es ja auch sein. So, wollen wir jetzt zu dem Thema gehen, wo Johannes die ganze Zeit verzweifelt hinmöchte? Ach, äh... Was war denn jetzt los? Ich hab's schon wieder vergessen. Der Talk. Ach, der Talk. Emotionen. Du hast gesagt, ihr habt Emotionen. Die Not-Hilfe. Ja. Da war viel Emotion. Cyrox hat heralded, saß hier und hat sich facial palmiert. Klammer auf, Harold ist der Typ, der die Moderation macht und dann die schlauen Fragen aus dem Internet. Das ist wie im Radio. Ja. Mal alles wie, wie hier. Schön. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Ja. Genau. Klammer zu. Klammer zu. Genau. Und währenddessen wurde hier von zwei Studierenden aus Darmstadt und Bremen. Bremen. Franziska und Janfried. Genau. Janfried, richtig. Wurde erzählt, wie ganz einfach es war, die Nothilfen für Studierende in der Pandemie nie zu beantragen und wie datensparsam und wie gut das funktioniert hat, nicht. Genau, nicht. Also ganz viel Ironie, Sarkasmus und der ganze bittere, böse Galgenhumor. Also es ist einfach nur furchtbar. Aber wir werden das jetzt, ich glaube, der Vortrag steht für sich. Ich glaube, da würden wir einfach jetzt drauf verweisen, den jetzt… Aber du kannst einfach sagen, es war eins deiner Highlights vom… Es war tatsächlich… Also ich saß… Ich saß hier… Mittendrin. Ich saß hier an der Stelle, wo Genie jetzt gerade sitzt und… Also es war ein… Der Gefühle auf jeden Fall. Also es war halt einfach so… So viele, wie ich mir die Hand vor den Kopf packen musste, das ging einfach gar nicht. Also wenn du teilweise irgendwie Selfies von dir einschicken musst, um irgendwie Geld zu bekommen von einer öffentlichen Stelle… Was? Okay, ich hätte den Tor gucken sollen, aber Knete basteln… Aber dafür gibt es ja dann auch die Aufzeichnung. Also von daher, man kann sich das ja auch… Man kann sich… Du bist von drei Mikrofonen umgeben. Ja, also wir hören nicht. Wir hören nicht. Das ist so, wie man Keyboard spielt. Und genau, und das Schöne war ja auch, die haben ja viel über die IFG-Anfragen geredet. Also sie haben halt sehr viele Informationen einfach vom Staat dazu verlangt. Das war ja auch der ganze Rahmen für den Vortrag. Und das war ja wiederum ein guter Callback sozusagen auf ein Thema, was wir schon lange in unserer Restiviste haben, wo wir eigentlich ewig mal drüber reden wollen. Aber wir wissen, es wird zu lang dauern, darüber zu reden. Frag den Staat, die ja auch, glaube ich, dankend erwähnt worden sind auf den Slides der beiden. Und es ist einfach, wie man es halt möglich ist, nutzen kann, um da mal irgendwie Frag den Staat zu bekommen. Und da ist der Frag den Staat eine ganz große Geschichte. Ich glaube, wir gehen da jetzt nicht drauf ein, weil wir sind null vorbereitet. Aber Spoiler, nee, Teaser, wir werden das machen. Ich glaube, Cyrox ist immer vorbereitet auf das Thema. Ja, aber nicht heute. Übersag den Staat. Mitfrag den Staat, also da lässt sich sicherlich fast sogar eine ganze Sendung darüber. Und das ist ja der Plan. Also vielleicht kriegen wir ja die beiden auch nochmal irgendwie eingeladen. Ihr seid eingeladen, Franziska und Jan-Fried. Wenn ihr das hier hört, ja. ... dazu bestimmt, wie tausend andere. Ja, was sagt der Stream, wenn wir so zehn Zuhörer? Naja, und... Ja, stimmt, also... Ja, genau, ja. Könnt ihr euch alle einwählen, damit wir hier ein bisschen Statistik... Keine Namen, keine Strukturen, Hannes, weißt du doch. Ja, ja. Struktur sitzt da. Struktur sitzt da. Ja, das ist ja manchmal schon immer, wenn Leute hier im Stream zusammengucken, ne? Die Struktur ist leer, meinst du? Leere Glasstruktur. Entschuldigung. Du bist immer noch von drei Mikrofonen umgegeben, die offen sind. Na egal. Achso, also wir dürfen jetzt keine schlechte Launenthemen mehr bringen. Doch, wir dürfen. Notrufe. Muss ja immer... Also das ist schon, ja, also... Das macht so viel gute Laune. Du meinst, die Notrufe, die irgendwie im letzten Jahr immer mal wieder ausgefallen sind und nicht funktioniert haben, weil doch, ne, und so und gut? Oder weil man sich eine App installiert hat auf seinem Android-Telefon. Weißt du, also ich mein, früher, früher war alles besser. Damals. Wir hatten ja doch einiges, wir hatten funktionierende Telefonnetze, wo selbst wenn im Haus der Strom ausgefallen ist, über die Telefonleitung Strom fürs Telefon kam und das noch funktioniert hat. Und das ganz ohne Kurbel. Das ist der Knopf. Das ist der Knopf. Ja, das ist der Knopf. Knopf, Stulsch. Achso. Red nicht weiter. Nee, nee, das wäre... Das wäre der gewesen. Nee, du warst richtig. Das war alles gleich. Das war alles gleich. Alles gut. Hast du... Ich leise gekriegt. Was sagst du? Genau. Oh, hab ich dich gemütet? Nein. Alles gut. Ach. Ja. So. Wo waren wir jetzt hingeblieben? Notrufe. Haben damals TM funktioniert. Blog an Ajuwo. Und heute... Wir haben echt voll durch digitalisiert und wir haben so viel daneben digitalisiert, was früher mal funktioniert hat, das ist nicht mehr feierlich. Genau. Ihr habt es alle mitbekommen. Das Schöne ist, wir reden ja hier gar nicht mit Potsdam, sondern wir reden ja hier mit Leuten, die das vielleicht schon wissen. Du meinst, die in den nicht funktionierenden Notrufgebieten waren? Ja, oder das auf einer dieser Plattformen gelesen haben, wo man das lesen konnte. Also wer es nicht weiß, wer... Ich glaube, der letzte Notruf Clusterfuck war, dass wenn man irgendwie die Teams, MS Teams App installiert hat auf Android und da keinen Account registriert hat, also zum Beispiel weil irgendjemand zu einem Teams Meeting eingeladen hat, muss man diese blöde App installieren, um das zu nehmen und dann keinen Account hatte, dann hat der Notruf nicht mehr funktioniert auf dem Android-Telefon. Ganz recht. Wow. Something, something. Wow. Und man weiß überhaupt nicht, wer da versagt hat, also hat das Betriebssystem versagt, hat die App versagt, haben sie alle versagt, keine Ahnung. Es ist kalt hier auf der Blüte. Wieso hast du da eigentlich... Menschen haben da Kritis hingeschrieben, also vielleicht habe ich das hingeschrieben, das ist ja am Ende auch egal, aber Notrufe sind ja letztendlich kritische Infrastruktur. Ach so, kritisch. Nee, Kritis, das ist schon... Etrolt, oder? Etrolt. Ich? Hannes weiß auch nicht alles. Das würde man nie zugeben, glaube ich. Aber ich kann es gut überspielen. Ja, nein, also genau, also Notrufe sind ja nun einfach mal kritische Infrastruktur, weil wenn der Notruf nicht geht, wenn du gerade die Polizei oder den Krankenwagen irgendwie rufen musst und du rufst natürlich dann entsprechend 110 oder 112 an, dann sollte das besser funktionieren. Soll ich nicht Shownotes schreiben? In die Shownotes schreiben, Notruf sollte funktionieren, ich glaube, das ist so allgemeingültig. Genau, das ist einfach so, es muss halt einfach funktionieren, Punkt. Also alles andere geht halt nicht. Und so viele Ausfälle, wie jetzt zumindest ich gehört und gelesen habe in den letzten Monaten oder auch teilweise selbst mitbekommen, irgendwie um 5 Uhr morgens geweckt werden von die Nina-App. Die zwar, also das ist, das Positive daran ist, das war ein super Test, dass die Nina-App funktioniert. Im Gegensatz zu dem Test, der nicht funktioniert hat. Vom Warntag 2020. Bei dir funktioniert hat, ne? Bei mir nicht. Okay, also bei mir auf jeden Fall und bei anderen Menschen auch hat die Nina-App funktioniert und man wurde gewarnt, offenbar nicht bei allen. Ich habe es vom Cutfahren gewarnt, da hat es funktioniert. Auch gut, aber also das war halt so. Ich habe meine Mutter angerufen. Also die Nina-App ist ja so eine Katastrophen-App zum Bevölkerungsschutz und da wurde ich dann halt auch einfach geweckt um 5 Uhr in der Nacht mit der Meldung, ja übrigens, der Notruf ist gerade ausgefallen. Bitte aufwachen. Bitte aufwachen, genau. Die macht dann auch entsprechend Ton und so, weil wenn es halt wirklich einen, ich weiß nicht. Was mache ich denn eigentlich mit dem Licht? Das irritiert uns ein bisschen. Also ein bisschen weniger mit rumspielen wäre, glaube ich, ganz gut. Kannst du mir mal einen Chunk bringen? Ja, hier, cheers an die Leute zu Hause und auch an die, die Feuerzangenwohle trinken oder so. Cheers. Nein, also es muss halt ein... Woran wachst du jetzt? Mysterious, concrete, auch an die, die, ich weiß genau, wer hier Feuerzangenwohle trinkt. Aha. Die Leute, die du zurückgelassen hast. Ja, die habe ich leider zurückgelassen müssen. Es war ein sehr schöner Abend. Aber jetzt bin ich mit euch hier auf einer Bühne. Ja, dann hast du so einen... Trinkst du auch alkoholfrei. Also hier nicht, dass jemand denkt, sie hat Alkologen mit dem Autofahren und so. Sie macht das wirklich, das ist alkoholfrei. Okay, definitiv. Trink ihre Portionen mit. Genau, aber also Notrufe müssen halt einfach funktionieren. Und ich wurde dann geweckt und ja, dann war... Und ist das Murmeltier oder was? Das hatte ich schon arg mitgenommen. Ja, na, also einfach, einfach der Fakt, wie gesagt, dass der Notruf ausgefallen ist. Also ich meine, geweckt werden ist ja noch akzeptabel und ja, ist doof um 5 Uhr früh, das will man nicht, aber... Ja, das an sich ist nicht das Schlimme. So das andere, andersrum, ist ja doof. Du schießt irgendwo und hast einen echten Notfall und willst da anrufen und hast gerade... Ja, kurz nach 5 Uhr. Eigentlich hast du ja beides gehabt. Also du hast ja geweckt, um nicht in der Lage zu sein, den Notruf anzurufen. Ja. Also wer da jetzt... Wer ist jetzt quasi irgendwie... Das hatte ich ja so tief getroffen, dass du erst mal hingefallen wärst und so, dann hättest du nicht mal einen Notruf rufen können. Moment, nein, so... Ne? Fass nochmal für mich zu sein. Es war ja morgens um 5 Uhr. Ja. Soll ich dir erzählen, warum ich so schockiert bin? Ich bin schon bei Marte Monkey, die Eva. War das Marte Monkey, die Eva? Egal, mach das. Gleich, gleich, gleich. Ist ja schön. Es ist einfach super. Ach, das ist chaotisch. Ist ja schön. Ich trinke nochmal einen Schluck, ne? Ja, also es ist... Die Sendung hier ist ja auch eingetragen mit dem Titel Spontanes Zonenchaos und ich glaube... Wer will eigentlich sich jemand noch einwillen? Hat er von mir unsere URL nochmal ansagen? Ist jemand da? Ist dein Telefon eigentlich schon im Nachtmodus? Ja. Ja, ist wie hier vorhin. Kannst du mir die URL nochmal geben? Ich weiß die nicht auswendig, Knopf. Das tut mir leid. Meet. Warte. Ccc-p. C-c-c-c-p.org. Ja. Slash. Radio. M-E-I-T, ne? Ja, nicht wie M-E-A-T. Also M-E-E-T Punkt C-C-C Minus P Punkt Org Slash Radio. Ah. Aha. Jo. Ich soll Grüße nach... Ich soll Grüße ausrichten. Ja, mach. Falls ihr zuhört, Grüße nach Neufahrland. Ach da, da ist die Feuerzangenbohle. Da ist die Feuerzangenbohle, ja. Also falls ihr das jetzt hört, wir haben leider keine Feuerzangenbohle. Neufahrland, für die, die es nicht wissen, ist ein Ortsteil von Potsdam. Da kommt jemand. Und da kommt ein Chunk. Oh, ein Chunk-Express mit Limette. Ist es auch fachgerecht gelabelt? Ne. Musst du umlabeln. Da seht ihr nochmal den Christoph, der ja auch Talks geheraldet hat. Also einer war es, glaube ich, oder? Bleibt mal hier, das ist ja voll das Herald-Fest hier irgendwie auf der Bühne. Haben wir alle schon mal geheraldet? Herald? 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 Hast du geheraldet? Nein. Kommt noch. Aber du hast... Ja. Irgendwann kommt der Tag. Ich habe den Heralden die Mate gebracht. Ja. Ich finde es ja übrigens auch sehr spannend, wenn ich ein neues Thema anschneiden darf. Oh. Brace for Impact. Na, es gibt ja durchaus auch Leute, die sind einfach zum ersten Mal jetzt hier beim RC3 schlicht und ergreifend auch alleine aufgrund der Tatsache, weil sie es jetzt endlich mal können. Weil zwischen Weihnachten und Neujahr ist einfach mitunter einfach eine schwierige Zeit, um irgendwo hinzureisen. Und gerade dieser virtuelle Charakter gibt einem halt die Möglichkeit von, egal woher, einfach dabei zu sein. Ja. Du hast mich gerade getriggert, aber voll. Guck euch das an. Guck euch das an. Guck euch das an. Ich wollte 25 Jahre. Was, wo? So much Technik. Geil. Wir haben jetzt... 30. Ah. Ja. Danke. Danke. Also jetzt, ihr könnt hier unten unsere Teleshop... Nein, Moment. Nee, Teleshop machen die anderen. Ja, Entschuldigung. Ihr könnt euch hier einwählen und es gibt keine Verkaufsveranstaltung, aber dann könnt ihr mit uns reden. Und seid dann auch live im Stream zu hören. Ja. Und wir nehmen auch Grüße an oder so, wenn ihr jemanden grüßen wollt oder so. Mit ein bisschen Versatz im Stream zu hören. Also nicht enttäuscht sein, wenn es 30 Sekunden dauert. Ja, stimmt. Ihr könnt euch quasi selber grüßen. Genau. Ihr könnt euch quasi selber grüßen. Aber wo waren wir hängen geblieben? Guck mal, da sind Leute. Ich wollte sagen... Ich wollte noch die Leute grüßen. Ich war alle auf der Bühne. Oh. Grüße zurück. Grüße zurück ins Live-Publikum. Danke. Das ist ja nett. Hier, kennt ihr diesen XKCD? Hier berechnen das 10.000 Leute irgendwie jeden Tag etwas zum ersten Mal hören, machen, tun. 10.000. 10.000 von 53. XKCD.com 10.000 von 53. Daran musste ich gerade denken, als irgendjemand gemeint hat, das erste Mal Kongresses gibt. Ich habe das gesagt. Es gibt Kiel, ja. Ja, aber der Knubs hat gesagt, er wurde getriggert. Ich wurde getriggert. Und zwar, also damals in der guten alten Zeit, es gab ja ungefähr 25 Jahre, wo ich genau das immer zwischen Weihnachten und Neujahr hatte. Ich war zu Hause, ich wäre enterbt worden, wenn ich zwischen Weihnachten und Neujahr die Familie allein unter dem Weihnachtsbaum sitzen lasse. Und gut, bleibst du halt da, gehst du nicht auf den Kongress, meine Kumpels alle auf den Kongress und halali und kommen zurück und erzählen mir, wie cool es war. Und nächstes Jahr komme ich aber, das ging 25 Jahre, bis ich es dann zum ersten Mal geschafft habe. Und? Ja? Hat es sich gelohnt? Ja, klar. Noch Fragen? Also ich wusste ja ungefähr 20 von diesen 25 Jahren, wie der Kongress läuft, weil ich habe ja, als ich dann wieder die Leute gesehen habe, die haben teilweise in meiner Wohnung gewohnt, weil meine Wohnung in der Nähe vom Kongress, meine Familie nicht. Ich wusste genau, wie der Kongress läuft. Ich war dann nach 25 Jahren das erste Mal auf dem Kongress und nichts Neues. Ja, wie zu Hause. Ein bisschen. Ja. Hat mich schon trotzdem, gerade deswegen glaube ich, nochmal weggehauen. Ja, genau. Und nicht nur, dass immer neue Leute zum Kongress kommen oder halt durch dieses virtuelle Event überhaupt erstmal teilnehmen können, was schon spannend ist. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sind diesmal zum ersten Mal beim Kongress und haben gleich einen Vortrag eingereicht. Also da finde ich auch Applaus. An der Stelle möchte ich aber nochmal ein ganz fettes Danke an meine jetzige Familie loswerden, dass die mich in solchen Situationen echt auf den Kongress gehen lassen und solche Dinge wie hier machen lassen. Danke dafür. Hier, guck in diese Kamera und Grüße gehen raus. Ich glaube an die. Du bist da. Oder? Die da. Die da. Hoffentlich auch die zukünftige Familie. Ähm, ich werde einiges dafür tun, dass das so bleibt. Oh. Oh. Das finde ich krass. Da habe ich keinen bösen Witz draus gemacht. Nee. Also, na ja, ich mache auch keinen anderen guten Witz, aber lassen wir das. Damit habe ich gerechnet. Ja. Ach, ist es nicht schön. Duftig dazu. Also, nur so für das kollektive Bewusstsein, wir haben noch so zehn Minuten. Oh, haben wir überhaupt schon über irgendein Thema geredet? Nicht abgedreht? Ja. Echt? Also, in einem Zweifel haben sie uns schon abgedreht und wir merken es einfach nicht und machen halt einfach dann weiter. Ja, weil wir immer noch nicht über die Latenzarme gesprochen haben. Wir könnten auch sonst nochmal ein paar, ey, wir haben noch keine schlechte Laune-Themen. Wollen wir mal ein bisschen Gegengewicht? Nein. Wir haben jetzt so viel gute Laune. Nee. Heute nicht. Ein bisschen Block4J. Ein bisschen IT-Wallet. Ein bisschen Blockchain. Okay, jetzt reicht's. Oh, er hat Blockchain gesagt. Ein bisschen. Er hat Jehova gesagt. Aber es gab doch erstaunlich viele Blockchain-Vorträge. Nee, also tatsächlich, ich warte sehnsüchtig auf den ersten Vortrag, der mir klar macht, wofür man eine Blockchain wirklich braucht. Also, ich habe immer eine Vorträge gehört, wofür man sie nicht verwenden sollte. Ja. Und warum das da doof ist. Nee, das gibt's. Irgendwo macht's mit Sicherheit Sinn und Zweck. Und ich glaube, wer Lust hat, da drüber mal mit uns eine Sendung zu machen, das fände ich mal spannend. Eine Sendung zu machen, wo wirklich erklärt wird, wo macht Blockchain Sinn? Da meldet euch bitte an radio-at-ccc-p.org. Genau. Das war eine E-Mail-Adresse. Das war eine E-Mail-Adresse für die Leute, die das nicht wissen. Da war auch ein Ad drin. Genau, also nochmal, radio-at-ccc-p.org. Und meldet euch bei Knurps. Wenn ihr erklären könnt, wo eine Blockchain wirklich Sinn macht, dann laden wir dich in die nächste Sendung ein. Das würde ich nicht mal zwingend alleine machen, das machen wir zusammen. Ja, natürlich machen wir das zusammen. Das war nur dramaturgisch jetzt besser. Bestimmt. Wie schnell? Wahnsinn. Und sogar so für richtige Anlassentfanzösung. Genau. Komm, Haus raus, Hannes. Die Latenz hattest du dir heute schon angezahnt, oder? Ja. Guck mal, das ist sogar zentriert. Das ist Wahnsinn. Wie ist denn das bei dir? Kein Chunk nach neun Uhr oder so? Sonst wirst du so wie mit den Gremlins. Also ich glaube, ich habe den Film übrigens nie gesehen. Mit den Gremlins ist es einfach nur so. Das ist viel Angst, ne? Nee, gar nicht mal. Was sind die Gremlins? Die Gremlins, das sind so diese kleinen Viecher mit, ich glaube, spitzen Ohren. Und da gibt es einen Film drüber. Genau, die waren so süß. Aber die Bedienungsanleitung dafür ist, du darfst die nicht nach Mitternacht füttern und mit Wasser übergießen. Ja, und ich habe mich als Kind immer gefragt, wann ist denn nach Mitternacht vorbei? Also für mich war das so unlogisch, weil es ist ja irgendwie immer nach Mitternacht und immer vor Mitternacht. Also wann ist diese Phase vorbei? Nach Mitternacht, der ist vor Mitternacht. Das Problem gibt es übrigens bei den Parental Controls der Nintendo Switch. Möchte ich jetzt hier mal loswerden. Falls jemand von Nintendo zuschaut, wieso kann ich denn eine Schlafenszeit einstellen, die dann aber um Mitternacht endet? Also wenn mein Sohn einfach lange noch durchhält, dann kann er ab Mitternacht wieder spielen. Und gut. Oh, hoffentlich guckt er nicht zu. Ab ins Bett. Jetzt, genau, jetzt um die Zeit ja nicht. Aber dafür gibt es ja dann media.ccc.de, wo man wahrscheinlich diese Aufzeichnung hier dann nochmal nachschauen kann. Und auch die anderen großartigen Talks, die sowohl auf unserer Chaoszone-Bühne stattgefunden haben oder auch noch stattfinden werden. Und auch natürlich von den ganzen anderen Bühnen. Ich musste 25 Jahre nachgucken. Hören wir auf. Nee, aber media.ccc. ist auch eine wundervoll schöne Erfindung. Ich soll noch jemanden grüßen, Entschuldigung. Ja, bitte. Gruß an die Single-Damen-Gruppe auf Telegram. Sie wissen, wer gemeint ist. Cheers, Frau Hantung. Das ist ja auch jetzt schwierig, ohne Chunk weiterzumachen. Also mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Ja, schon. Also aus dem Live-Publikum braucht ihr noch Chunk? Ähm, ich bin, ich bin okay. Ja, ich bin auch gerade noch versorgen. Alles gut. Ich bin okay, du bist okay. Wir sind alle okay. Ja. Entschuldigung, ich hab mich komplett rausgebracht, oder? Ja, ja, die Single-Frauen-Gruppe auf Telegram, das ist schwer für mich. Overly specific irgendwie so. Ja, Feuerzangenbrunnen. Also willst du die URL da noch einblenden lassen? Nein. Single-Damen aus ihrer Umgebung? Nein. Nein, 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 sowas ist es gar nicht. Das ist ein Insider. Die wissen schon, wer gemeint ist. Okay. Es ist kein Angebot. Es ist überhaupt kein Angebot. Oh nein. Also ich glaube, so viele Singles sind gerade gar nicht auf der Bühne, oder? Weiß ich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Anderes Thema. Alle gucken weg. Alle gucken weg. Alle so. Dreck am Schuh. Anderes Thema. Hast du noch, weil die Themenliste ist zu allem, also Latenz-Armer-Audiokonferenzen. Ich schwart drauf. Red doch drüber. Nee, er will ja drüber reden. Steht da. Ja, aber nicht heute. Ach so. Das ist auch ein schlechtes Thema. Guckst du dir jetzt an? Ich sehe uns. Ja, hoffentlich Latenz-Arm und so. Hoffentlich Latenz-Arm. Falsche Kamera. Falsche Kamera? Ach so, ach, die da, wenn dann. Nee. Die da? Die da, wenn es was umschaltet. Ja. Drei, zwei, eins. Jetzt setz ihn doch nicht so unter Druck. Ja, also das ist jetzt quasi ein Picture-in-Picture-in-Picture, äh, also. Insofern. Und das im Radio. Und das im Radio. Und das im Radio. Wenn es sowas im Radio wirklich gibt, dann nennt sich das Rückkopplung und das möchte man nicht. Ja, ja, ja. Aber es ist tatsächlich sehr, äh, äh. Das ist total verwirrend. Ja, mach das mal aus. Das ist nicht Chunk-Pi-Sicht-Patt-Ibel. Wie? Chunk-Kompatibel. Nee, Chunk-Patt-Ibel. Oh. Das hast du aber schön gesagt. Bin auch ein bisschen stolz auf mich. Wir auch. Haben wir noch Themen? Wir auch. Ja, wir haben immer Themen. Und im Zweifel können wir ja auch noch was über den, äh, ja, über den RC3 sagen und so. Ach so, der macht doch. Also, was ich, was ich vorhin sagen wollte, so von wegen 25 Jahre warten und so. Wir beide, Dini, du und ich, wir hätten uns ja, glaube ich, wir hätten uns ja, glaube ich, äh, nie, äh, denken können, dass wir, wir hatten, wir hatten ja unsere erste Radio-Folge zusammen, äh, haben wir ja über den Präsenzkongress, über den letzten Präsenzkongress gesprochen. Ja, stimmt. Und da konnten wir uns noch nicht vorstellen, dass das, äh, äh, erst mal, äh, der letzte Präsenzkongress, äh, sein wird für mindestens mal jetzt zwei Jahre. Ja, das war ja Januar 2020, ja. Da war die erste Folge von uns als Radioteam im Radio Potsdam, äh, frei im Radio Potsdam. Ich mach diese Ansage, die ich, das finde ich nicht so zu sagen. Äh, 88,4 Megahertz in Berlin und 90,7 Megahertz, Mensch, in Potsdam, 90,7 Megahertz, dass ich das mal auswendig weiß. Ja, nach zwei Jahren auch kein Wunder, aber. Während er aufs Pet guckt. Naja, aber hier, hast du gemerkt, wie ich geredet hab, während ich tippte. Es ist quasi, dann sind sie quasi im Mikrofon, während ihre Augen gerade noch dabei sind. In den Mikrofon eingestiegen. Ja. Sehr gut. Also, äh, Edmund Stoiber, berühmte Zitate, wenn ihr die kennt, wenn ihr sie noch nicht kennt, dann such danach. Nachdem wir, nachdem wir letzte Woche die großen Haufen besprochen haben. Oh ja. Der andere Internet. Kennt ihr das noch? Der andere Internet, daran fällt jetzt Edmund Stoiber. Also, ich kannte das mit den großen Haufen aus der letzten Sendung, kannte ich tatsächlich noch nicht, aber ich hab mal ein bisschen durchgescrollt, es war einfach nur großartig. 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 Oh mein Kabel, oh Gott. Bin ich noch da? Ja, ja. Alles gut. Ah. Wir müssen irgendwie, wenn ich irgendwie Leute gestikulieren will. Ja, wir müssen, glaube ich, so langsam mal zum, 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 zum Ende kommen. So ein Peace sagen. Ja. Wir haben heute noch keine Musik. Hatten wir irgendwelche Callen heute? Nee, gar nicht mehr, ne? Ach so. Hier nochmal der Hinweis. Wer gute Musik hat, ähm, unter freien Lizenzen, GEMA frei, die wir im Radio und im Podcast spielen dürfen, äh, meldet euch doch bitte unter radio.ccc-p.org und ich werde reagieren. Wenn das halbwegs radio-kompatibel ist, radio-tauglich ist, spiele ich das gerne. Spielen wir das gerne? Dann werden wir es in dieser Zusammenrottung von Menschen veröffentlichen. Genau. Und das hören, also im Gegensatz, nee, eigentlich genau wie hier, werden auch im Radio Potsdam immer Leute versehentlich einschalten. Einfach, weil es noch eingestellt war im Auto. Ja. Und dann hören sie, ah, Wahnsinn, die Technik, die begeistert. Genau. Und dann hören sie eure Musik im Radio, das ist toll. Oder halt einfach nur Musik, die ihr mögt, im Radio, großartig. UKW hat ja auch noch so irgendwie, klingt, das ist wie eine Schallplatte. Ja, und wenn ihr unsere anderen Radiosendungen hören wollt, die wir sonst so gemacht haben, dann könnt ihr die auf radio.ccc-p.org anhören und wiederhören und sogar mit Shownotes. Einfach das Ad da rausnehmen und alles ist schick. Genau. Und ihr müsst uns nicht mal anschauen dabei. Genau, ohne Fokus, äh, ohne Video. Fokus. Ohne Fokus ist manchmal auch leider wahr. Also es ist immer ohne Fokus. Es ist immer ohne Fokus. Schön, also das hat jetzt ja Spaß gemacht, ne? Aber ich glaube, jetzt sollten wir zum Ende kommen. Ja, muss noch ein Heizlüfter mal wieder anmachen, es wird langsam kühl hier. Ja, ich hab mich schon angezogen, also. Ja. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Restkongress, weil heute ist ja erst Tag 3 auf der K-Zone geht's heute mindestens im Stream weiter bis, glaube ich, ich glaube, der letzte Talk statt hat um halb eins nachts. Wenn sich nicht der Farbplan wieder geändert hat, kann sein. Genau, ich kann ja mal ganz schnell noch gucken, was denn der nächste Vortrag ist. 0.30 Uhr, irgendwas mit einer Abkürzung mit drei Buchstaben. Also der nächste Vortrag findet dann hier statt um 23 Uhr, welcome to FPV. 23 Uhr, Entschuldigung. Da wird es dann wohl so ein bisschen um 3D-Druck und Elektronik und Software-Hacking gehen, also scheitert auch dann wieder. This one's actually in English. And this one is in English, yes. Nice. Genau, uns hört ihr wieder im Radio, jeden zweiten Montag. 100, genau. Plack, plack, plack. Ja. Und? Viel Spaß noch beim RC3. Viel Spaß beim RC3, vielleicht sehen wir uns nachher noch in der Welt, alle zusammen. Ja, vielleicht, an guten Tagen. Zwei Tabs aufmachen, pro Tipp von Genie. Oder fünf. Oder fünf. Ja. Für mehrere Gruppen. Für die Singles in der Telegram-Gruppe. Und die Feuerzangenwohle. Und die Feuerzangenwohle. Genau. Wenn ihr diese Themen dann vertiefen wollt, dann sagt Bescheid. Tschüss. 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 Tschüss.